Okay, it's time to scavenge. Drummer, looks like the officer's section is still intact. Go check it out. On it. Ja, und wir... Ah. Und wir, liebe Freundinnen und Freunde, sind auch wieder On It hier. Wir sind wieder bei The Expanse. Ähm, schweben rüber. Zu den Offiziersquartieren, um dort zu plündern. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm, ja. Und dann brauchen wir hier ein weiteres Abenteuer. Drücke V, um dein Landesymbol anzuzeigen. Eieieiei. Okay. Gut. Wasserrecycler, nehmen wir mit. Oder auch nicht. Doch, nehmen wir mit. Hm. Clean palladium in this recycler. Oh, sehr, sehr wichtig. UNN-Officer sind immer wieder ein Backup-Waterrecycler für sich selbst. So, wo können wir landen? Na, können wir landen, wenn ich... Passend hin, kriege, aber ich krieg's nicht hin. Jetzt. Nee. Sag mal. So. Wir sind gelandet. Da vorne ist wieder eine Leiche. Kommandos, das ist Private Takabit. Die Piraten haben mich gefragt, die folgen. All crewmembers, except für die in den Offiziersquartieren, haben sie getötetet oder getötetet. Die Piraten nicht wünschen sich jemand anderen zu töten. Wenn Sie jetzt öffnen die Garten und ermöglichen sie ihre Suche, keine mehr Leben werden, und wenn Sie nicht verletzten, Oh Gott, bitte, bitte. 10 Minutes into the next one. This map would be helpful if all the pieces were still together. No such luck. I did run a phase array scan. Everything matched the LiDAR, except for one gap in the Captain's quarters. I'll check it out when I get in there. Arlen and Rayen's experience hauling minerals on Vesta has been a big help, even when they annoyed the hell out of me. Arlen and Rayen's experience hauling minerals on Vesta has been a big help, even when they annoyed the hell out of me. Let's go here links gucken. Luftfilter. Let's take it. Last time Khan smoked a cigar on the ship. Maya had to spend half the day cleaning out the air filter. Not a lot of particulates in the air filter. Virgil, how long do you think the bodies have been like this? A couple of days? That's my assumption, after analyzing the footage of the heads and the remnants of the precipitating battle. What can you tell me about the heads? Medically speaking. From the uniformity of the incisions, it seems clear they were done post-mortem. Very difficult to be precise if the victim is fighting back. Okay, also die wurden nach ihrem Tod dann sozusagen nochmal enthauptet. Naja. Last time Khan smoked a cigar on the ship. Maya had to spend half the day cleaning out the air filter. So, wir scannen hier den Temperatur... äh, nee, das Temperaturprotokoll. Schauen wir uns direkt an. Temperaturzeuge, äh, so und so viel Grad. Immer 21,6 Grad. Alarm, Temperaturänderung außerhalb erwarteter Parameter. Auf einmal 335 Grad Celsius. Dann auf einmal minus 184 Grad Celsius. Dann minus 270. Eieiei, die Temperatur in diesem Bereich änderte sich schlagartig, als der Rumpf durchbrochen wurde. Neben den Torpedos und PVW-Schüssen, um die Verteidigung der Yushanabi zu durchbrechen, nutzen die Angegriffen auch eine gerichtete Energiepistole. Wenn sie ein Schiff dieser Größe überwältigt haben, müssen sie die Yushanabi entweder zahlenmäßig oder in Sachen Bewaffnung übertroffen haben. Ich schätze, die Gruppe war klein, gut koordiniert und bis an die Zähne bewaffnet. Eieiei. Schauen wir mal, ob die auch nochmal über den Weg laufen. Könnte man ja fast vermuten. Auch hier eine weitere Leiche, da weitere Leichen und ein Brief. Tess, wir werden geändert. Keine Ahnung, wie die unsere Scanner überwunden haben. Sie tauchen aber aus dem Nichts auf. Sagen, wir sollen uns ergeben. Sie würden uns einem Haufen von verdammten Skinnies ergeben. Äh, als würden wir uns einem Haufen von verdammten Skinnies ergeben. Haben den Kontakt zum Rest des Schiffs verloren. Wir stellen eine Barrikade auf und wehren sie ab, verdammte Wilde. Sie brechen durch. Wo zur Hölle haben die Piraten ein militärisches DEG her? Hätten uns nie so weit weg von zu Hause wagen sollen. Tut mir so leih. Willst du noch einen Brief? Hey, Kahn. You've been flying a long time. Ever seen anything like this before? Nah. But when it comes to Pirates, nothing surprises me. They're all monsters. Sounds personal. Put it this way. We ever capture one alive? All I need is ten minutes and my torchblade. The ship would smell like barbecue for weeks. Ach, Pasheng. Ai, ai, ai. Eine Energiepistole. Microwave-Energy gun. Not a bad choice for persuading someone to open a door. Können wir aber leider nicht mitnehmen. Hätte ich gedacht. So, wir gehen hier durch die Tür. Öffnen die. Nein. Wie? So, über das. Es ist ein Fingerprint-Lock. Du musst die reine Hand finden. Einen Officer. Das ist ein Backe. Good news. Die Logge zeigen, dass es einer in der Crew-Mess-Halle gab. Der zweite Corporal Horowitz. Okay. Es ist vielleicht schwierig, dass sein Körper zurück nach der Tür kommt. Ich brauche nicht alle. Oh, Gott. Jetzt werden wir auch hier zu so'n, äh, zu so'n, zu so'n, äh, Pirat sozusagen. Haken, ho, wird's die Hand nachher ab, oder wie? Wie? Was ist denn jetzt hier? Achso. Wo kann ich hier ab? Oder dieses Schweben ist noch nicht so ganz so meins, wenn ich erleben bin? Wow, 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 wow. Boah. Wir müssen hier komplett wieder rausschweben. Scheiben wir da unten rechts vielleicht, ne? Ne, eher da. Eher da. Da sind wir gelandet. Ist das Horowitz? Europa ist Bane. Anyone part of it? It's one of Toussaint Zapata's ships. Ah, fuck. Shoulda known. Who is that? Latest pirate flavor of the month. Let a mining strike on Europa. Stole a few ships. Now self-employed as a full-time murdering psychopath. UNN has been giving her a wide berth. If she wanted to take out this ship, it means she had a good reason. Or, she's just a murdering psychopath. Got it. Thanks. Maya, I'm in the mess hall. Time to find an officer. I've linked the personnel records to your terminal. Try scanning the bodies and see if you get a match. Tja. Wir scannen jetzt hier alle durch, bis wir Horowitz gefunden haben. Nee. Wir können jetzt mal euren Dialog jetzt hier beenden, damit wir hier weiter... Ha-Shang. Check die Schultern. UNN-Officer haben diese Fancy-Bars. Hallo? I know pirates are vicious, but this is... You hear stories about people who spend too long off station. Go Bic Pagal. Bic Pagal? My belter is... It means really fucking crazy. This much violence seems pretty Bic Pagal to me. Can you hurry up? Working on it. This was a massacre. No other word for it. The sooner we get out of here, the better. Have you checked the ceiling? If his Magboots were off, he might have drifted. Tja. Guter Typ. Das wird der jetzt wahrscheinlich sein. That's the one. Poor Arthur. Sorry about this. Freundinnen und Freunde, was tun wir da? Zum Glück mussten wir es nicht in aller Detailliertheit betrachten. So, wir werden uns erstmal hier wiederperaten. What's passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Freunde und Freunde, wir haben auch immer... Die matrische Situation hier. Nein, wir werden auf jeden Fall jetzt hier links und so weiter helfen. Schnell. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, diese Steuerung. Oh mein, oh mein, oh mein. Komm. Krieg da doch hoch. So. Ah, Rayen oder Arlen, ich weiß es nicht mehr. In Gefahr. Oh, 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 das muss wehtun. Au, 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 au. Malek. Samalo, Jama. Samalo. Halt still. Wir sehen, was wir tun können. Ah, hoffentlich ging das Gerettet. Eine Explode der Charge, ich denke. Pirates must have left it behind. Patsang, du hast nicht erstellt. Patsang, du hast nicht erstellt. Drummer, his suit ist punctured und losz. Pressure. Du musst den Ballen und patch ihn jetzt, oder er könnte sterben. Beläge das. Das Ballen hat O2, Fuel, Armaments. Wir können nicht losz. Oh, wir müssen uns entscheiden, Freundinnen und Freunde. Aber wir entscheiden uns. Und das erfahren wir in der nächsten Folge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018